Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Let's play Ark. Eigentlich wollte ich ja gar keine Folge mehr machen. Naja, egal, mache ich jetzt eine. Also, wir warten bis wir fünf Eisenbahnen haben. Dann bauen wir eine Werkbank und reparieren dann unsere Axt. Spitzack. Ja. So, und das nächste Mal gehen wir dann auch mit beiden Trizatops hoch. So, jetzt haben wir das. Werkbank herstellen. Das kann alles raus. Auf die sieben gedrückt. Und pam. So, was brauchen wir alles? Waffen-Nahkampf. Holz und... Mh... 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 Zwei Spitzhacken. Immerhin. Hallo? Mann, Mann, Mann. Das waren drei Spitzhacken. So, Glück passiert mir das irgendwie immer, wenn ich, äh, direkt am Wasser bin. Zwei Spitzhacken. Drei. Ja, schon wieder nur drei. So, die beiden nehme ich noch mit. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh Naja, ich denke, das reicht jetzt auch. Erstmal. Der hier wäre natürlich was. Aber den lasse ich. Irgendwie mag ich es nicht, Stegosaurus zu killen. Kriegt man hier eigentlich auch einen Stein? Äh. Eisen? Nee. Zimmer! Ich habe hier gerade ein komisches Geräusch gehört. Klang nach einem Lystro. Ein Lystrosaurus, das gerade gefressen hat. Er versteckt sich vor uns. Jedoch finden wir ihn nicht. Er war hier. Ich glaube, der ist im Stein. Ja, der ist im Stein. Naja, lasse ich ihn da. Und zwar. Äh. Und da ist es. ja so nehmen wir hier so das da rein was brauchen wir denn noch nahkampf holz ne holz ja so rollen lassen fallen lassen verfahren lassen Ach, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Ach komm. Nee, Fleisch kann ich noch gebrauchen. Denn ausnahmsweise brate ich das mal. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Wir brauchen ja nicht alles. Übrigens. Nee. Fallen lassen. Platsch. So. Dann würde ich mal sagen, erstens haben wir immer noch eine repariert. Alter. Ah. Alter. Das ist so nervig immer. So, zack. Zack. Reparieren. Okay. So. Und jetzt. Folgen aktivieren. Nicht reiten. Den hier reiten. Jetzt geht's wieder nach oben. Solange es noch hell ist. Na ja, kommt. Äh. Äh. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommst du auch? 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 Das ist mal toll. Bei mir ist es was. Weiß. 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 Jetzt geht's. Was ist das? Alles. 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 Was machst du da unten? Ohohoho. Ups. So. Ist der verletzt? Ne, scheinbar nicht. Sag mal. Willst du mich verarschen? Hallo. Sag mal, was macht er da? Er soll er noch hier hoch? Skorpione. 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 Nein! Oh Gott! Alter, mit dem vollen Gewicht platt gemacht. Alter, das war brutal. Schlepp der Brutus, du bist brutal. Ja, komm. Paz. Und genauso... Oho. Ähm. Inventar leeren. So. Jetzt ist aber alles leer, ne? Ja. Also, nicht leer, sondern... Alle anhalten erst mal. So. Ach Gott. I. Kein Stein, nur Metall. Oh, da wird's mich doch verarschen. Genau. Und jetzt wird's natürlich... Es wird natürlich kalt. Für lege ich Leben. Also bis jetzt noch nicht. Oh, ich verliere, zu ihm. Ja, ich verliere Leben. Ah, ich hasse das. ... ... ... Sobald mein halbes Leben weg ist, muss ich runter. Ich will keinen Stein, Mann. Das ist stark neus. Ich will aber zur Schleppdepp. Ah. Mann, der tote Skorpion hat mir gerade Angst geanget. Na, ey. Mönchen. Das war's für heute. So, das war's. Mehr kriegst du nicht. Noch geht das. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war ein Patschi. Hier hinter dem Stein ist ein Patschi. Mann, hat der mir gerade einen Schreck angejagt. Oh, normalerweise müsste es jetzt nicht mehr so kalt sein. Es ist aber trotzdem. Das war's für heute. Noch kann ich ein bisschen. Alter. Alter. Nee. Sorry. Sorry. Aua. Das ist natürlich echt blöd jetzt bei dem Wetter. So, dass es jetzt auch Nacht ist. Jetzt ist es auch noch hier so kalt. Bei dem Ding hier immer, der will angreifen. Ich hab doch gesagt, alle anhalten, du verlorst. was? Oh. So. 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 Das war richtig. Oh. 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 das war richtig? So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist immer ein Viehsmapp und den muss ich erstmal killen. Das war's für heute. Hmm. Das war's für heute. Hm. Kein Viehsmapp hier. Oh. Jetzt sehe ich natürlich alles. Das war's für heute. Irgendwie will ich gerade was zum Metzeln haben. Hm. Ob es hier zu kalt ist? Ja, hier ist es zu kalt. Das war's für heute. Ich hole mal ein bisschen Obsidian. Ja. 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 Vielen Dank. Ja. 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 Ich sollte langsam recht runter. Hey, das ist nicht mehr zu heiß. Äh, zu warm eigentlich. Äh, zu kalt macht. Das ist nicht mehr zu heiß, als zu warm. Als zu wild. Äh, sieht die aus? Ah. Das ist wieder zu kalt. Ein nötig Corbus. Das ist wieder zu kalt. Das ist wieder zu kalt. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, über Länge, aber da ich dann, äh, danach eine Aufnahmephase mache, wenn wir hier fertig sind, ziehe ich das nochmal kurz durch. Entschuldigung. Hallo. So, hier noch. Entschuldigung. Oh. Okay. Okay, jetzt gleich muss ich runter. Aber ich nehme mich zu feubeln. Huiiii. Huiii. Huiiii. Ah, hier. Das zeug ich nämlich immer nochmal mit. Da. Jetzt aber endgültig runter. Fragt sich nur, wo ist unsere Schneise der Verwüstung? Ich glaube, da hinten. Na. Ja, hier alle. Das verlieren wir wieder ein Leben. Ist es wirklich hier? Ah ja, da ist der Kano. Der Bumsende Kano. Da ist wieder der Quesser. Überlagert ein Ludwig. Musik, die sich überlagert. Nein. Oh, der ist stärker. Alter. Iiii. Ey, was hat der denn gemacht? Körper ziehen im Kolb. Äh, bei Körperwelten. Was? Ui. Aua. Der Stego ist... fast voll. So, was ist hier wieder los? Das war doch der Skorpion von da hinten. Mh. Gross. Naja. Wenn sie ihm gefällt. Oh, halt. Das Objektieren packe ich hier rein. Das Eisen... Oh. Das Eisen packe ich hier rein. Na. Na ja, noch Gewicht bei mir. So. Das ist mir durch. Da ist er noch ein Skorpion. Nun denn. Nun denn. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter da oben. Wir brauchen auf jeden Fall noch ordentlich viel. Wir brauchen nämlich auch für den Titanosaurus-Sattel noch gewaltig viel. Deswegen, ne? Vielleicht suchen wir auch noch einen Ankylosaurus, weil den Sattel müssten wir eigentlich auch bald hängen können. Äh. Welches Level sind wir denn eigentlich? 38. Ich glaube, ab Level 40 oder 45 konnte man den Ankylosaurus-Sattel tähmen. Ich gucke nochmal eben kurz. 40. Wir gucken mal in der nächsten Folge, ob wir hier in der Nähe einen Ankylo haben. Dann tähmen wir den und, äh, ja. Dann haben, äh, haben wir etwas richtig Tolles. Na, also. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Äh, halt, stopp. Bevor ich wieder was kaputt mache. Alter, der sieht aber echt geil aus. Schade, dass ich ihn jetzt pläten müsste. Muss ich aber nicht. Wie viele Level hat denn der? Level 8. Na ja, weil der halt so hübsch aussieht. Ja, ich weiß, ich mal überziehe wieder die Folge. Oh, ist doch egal. Ähm. Skorpione essen kein, äh, normales Fleisch. Die essen Gammelfleisch. Damit täte man die. Mit Gammelfleisch. Äh, was war das da hinten? Ach, der, äh, wow. Der ist aber ganz schön am rumrennen. Alter, sieht der geil aus mit seinen roten. Uh. Okay, ähm, das warten wir noch mal ganz kurz ab. Schneeklaue. Oh. Weiblich. Schneeklaue. Passt das zu einem weiblichen Namen? Also passt das zu einem Weibchen? Schneeklaue. Schneeklaue finde ich klasse. Schneeklaue. 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 Das wird ganz schön eng. Schneeklaue. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen, äh, starken... ...Skorpion. Der hier ist viel zu schwach. Zum, äh... ...Kommen Sie mal her. ...Skorpion. So. So, da hinten war ja auch noch einer. Können wir mal in Zukunft mal gucken... ...was der für ein Level hat. naja, aber erst einmal müsste ich hier mal durchkommen. So, erst einmal weg. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und sorry für die Überlänge. Tschüss. 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 Ach, scheiße. Mist. Naja, tschüss.